Ja, Hallöchen, wir haben Donnerstag, gleich 17 Uhr. Ich muss gleich zum Spätdienst werden. In den letzten Vlog aufgehört, dass ich eine ganze Menge Bestellungen gepackt hatte. Und vier habe ich jetzt noch offen, plus eine auf Brick Owl, also noch fünf Bestellungen. Und ja, ich wollte jetzt noch eine vorm Spätdienst auf jeden Fall packen, bevor ich los muss. Das schaffe ich noch. Ein Viertel nach fünf, halb sechs wollte ich los. Aber alles, was schon mal geschafft ist, ist geschafft. Und ja, ist auf jeden Fall eine Menge zu tun. Bin ich sehr überrascht von dem Moment. Ich finde das ja so schön, dass Blapi jetzt hier die Nachricht mit drin hat. Und der Axel hat geschrieben, hallo Dennis, bin begeisterter Zuschauer deiner YouTube-Videos. Kannst daher gerne dort zeigen. Mach weiter so und danke für den Coupon. Genau, ich verteile ja immer mal wieder so ein paar Coupons. Ich mache jetzt mal immer seinen ganzen Namen, müssen wir jetzt ja nicht zeigen. Pickliste. Ich verteile ja immer mal wieder so ein paar Coupons. Und er hat jetzt 168 Items und 48 Lots verteilt. Und wir können es ja mal so ein bisschen Pablo-mäßig in den Vlog starten. Ich weiß, meine Vlogs werden in letzter Zeit zu lang. Ich bin auch schon am überlegen, ob ich vielleicht wirklich, wenn jetzt die Bestellungen so viel bleiben, dass ich nicht mehr komplett jede Bestellung zeige. Aber da bin ich mir noch nicht so sicher, ob und wie ich das so weitermache. Eigentlich, ich weiß, ist hier Sonnenschutz. Aber jetzt ist es so, dass die Sonne hier nicht mehr drauf scheint. Da kann ich auch mal das Rollo hochfahren lassen. Einfach, weil ich weiß nicht, ob das so interessant ist, wenn man dann immer dasselbe sieht, was so... Also, wenn ich mir Vlogs angucke von anderen YouTubern, die mit mir was machen, mag ich es lieber zu sehen, was die Leute hochladen und wie sie so in ihrem Store arbeiten. Das finde ich interessanter. Wobei es halt auch manchmal interessant ist, zu sehen, was denn bei den anderen so bestellt wird. Dass man so eine kleine Idee davon bekommt, was lohnt sich denn wirklich, auf welche Teile sollte man sich konzentrieren und so weiter und so fort. Ich zeige ja weiterhin meine Bestellungen. Aber auch, wenn das das natürlich... Ich arbeite im Moment mehr in meinem Breaking-Store. Das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Und dadurch, dass ich mehr arbeite, sind wir natürlich in der Situation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dass wir wesentlich mehr Bestellungen kriegen. Und irgendwann ist es dann so wie mein letzter Vlog, den ich gerade am Bearbeiten bin. Der wird gerade hier verarbeitet und der ist, können wir hier schon sehen, wieder 53 Minuten lang geworden. Und ja, das ist dann halt diese Sache. Ob das dann auf Dauer nicht irgendwann doch langweilig wird. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Bestellung. Sehr cool, dass hier ein paar von den Fans von weggehen. Davon habe ich, wie ihr seht, sehr viele. Und dann zeige ich euch gleich noch die ganze Bestellung. Hm, er hat eine 2x8, eine 2x16 Plate in Dark Grey bestellt. Ich habe in dem Fach leider eine in grün war es. Das heißt, ich habe beim Breaking-Store wohl die falsche Farbe ausgewählt, weil die grüne sollte da nicht in dem Fach sein. Also auch da muss ich ihn anschreiben. Eine 42 Cent muss ich ihm dann erstatten. Und ich habe ihm jetzt 3 in Dark Grey, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8. Vielleicht kann er damit sein Projekt wenigstens überbrücken. Also die sind in Dark Grey. Zwei zusammen würden ja theoretisch 2x16 ergeben. Also ich lege ihm die 3 rein als kleinen Ersatz. Und ja, erstatte ihm natürlich trotzdem die Kosten dafür. Aber auch das passiert, wenn man mit Brick-Store gebrauchtes hochlädt. Ist jetzt nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Wobei, dass ich aus Versehen auf die falsche Farbe klicke, passiert mir tatsächlich seltener. Was häufiger vorkommt, ist, dass man einen Teil 10x hochlädt. Dann das nächste möchte man nur 7x hochladen. Aber man lässt die Zahl von dem Teil davor noch stehen. Und dann stimmt die Anzahl nicht. Das kommt tatsächlich wesentlich häufiger bei mir vor, als dass ich die falsche Farbe auswähle. Aber auch sowas passiert. Und auch mit sowas muss man dann umgehen können. Nur eine Dark Grey 2x16 Plate ist es nichts, was man mal eben so herbeizaubern kann. Da kann man auch nicht mal eben irgendwie ein Set, was man in Reserves ausparten. Deswegen muss ich ihn da dann leider einmal anschreiben und auf Verspendnis verpfinden. So, da haben wir dann die Bestellung. Wie gesagt, die 2x16 Plate. Ich könnte ja jetzt mit Tesafirmen die so zusammenkleben. Moment. Dann hätten wir die 2x16 Plate in Dark Grey. Nein. Die liegt dreimal dabei. Vielleicht kannst du damit dann wenigstens dein Projekt so lange, ja, wie nennt man es, überbrücken, bis du sie findest. Ich habe sie leider nicht. Hallo, Josh. Ich habe aber schon ein Refund geschickt, so ist die Nachricht. Und ja, nochmal sorry dafür. Da, Papa. Ja. Gib mir 5. Hä? 5. Ja. Oskar, was machst du denn da? Hast du eine Lupe? Nein, das. Darf ich mit der Lupe mal die Legosteine untersuchen? Nein. Doch, die sehen gut aus. Aber die Lupe ist sehr dreckig. Ja, so geht das. Freitag 13 Uhr. 14 Uhr habe ich einen Friseurtermin. Ich habe jetzt eine Order gepickt. 53 Sekunden pro Lott. Liegt einfach daran, dass ich 10 mal bis 10 zählen musste bei den Technik Pins. Er hat trotzdem nur 4 Minuten für die Bestellung gebraucht. Alles gut. Der Rest sind ein paar Teils. Auch wieder jemand, der das erste Mal auf Bricklink ist. Vielen lieben Dank. Und genau. Packe ich jetzt ein, dass das noch schnellstmöglich zur Post kommt. Und danach habe ich noch 2 Bricklink und eine Brick Owl Bestellung übrig. Also 3 von gestern, von diesem Wahnsinnstag, wo wir da 10, 12 Bestellungen innerhalb von 24 Stunden hatten. Ah ja, die kam gestern zum Beispiel 10 Uhr 41, 12 Uhr 34 und 14 Uhr 15. Das sind die Zeiten, wo die Bestellungen von gestern sind. Also knappe oder gute 24 Stunden, je nachdem welche der drei man nimmt. Die nächste Bestellung hat eine Minute und 90 Sekunden. Ne, eine Minute und 1,9 Sekunden, soll ich schon sagen, gedauert. Und eine Backpackerin, 6, 1x4 Dark Blue Shred Tiles und 6, 4x4 Dark Blue Shred Tiles. Und das ist auch schon wieder alles. Und auch da vielen Dank für die Bestellung. Und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bestellung 3 von 4 ist die Brick Owl Bestellung. 11 Minuten 12 Sekunden habe ich gebraucht. Danach werde ich auch jetzt mir die Haare schneiden gehen können. Das sind 139 Items in 31 Plots gewesen. Und fast alles Gebrauchte, also alles was hier unten liegt, sind gebrauchte Sachen. Also ordentlich Platz gewonnen, wieder in meiner Youth Sektion, was ich sehr, sehr cool finde. Und ein paar neue Teile dabei. Ich hatte ja von Brick Link die Bestellungen, wollte ich ja in der BSX-File packen, um die gebrauchten Steine zu speichern, die er löse. Ja, bei Brick Owl habe ich das jetzt nicht gemacht, weil da der Import nicht so einfach ist. Aber man kann sich dann nochmal 7 Euro. Ich werde sowieso, ist ja nur ein Richtwert, dass ich mir das Minimum zurücklege. Es werden natürlich noch andere Einnahmen damit einfließen, wenn ich dann wirklich ins Legoland fahre. Also es ist ja nur für mich ähnlich, wie ich mir ein Budget für 500 Euro gesetzt habe, habe ich halt gedacht, okay, die geringere Einnahmequelle von beiden lege ich mir zurück. Weil irgendwo und irgendwie muss man ja anfangen zu sparen. Und ja, das wird ja trotzdem noch eine Weile dauern. Ja, mal gucken, mal gucken. Vielleicht, man weiß ja nie, was passiert. Vielleicht gibt es auch einen spontanen Besuch da mal irgendwann. So, Freitagabend, wo ist Kohl, 19.15 Uhr und eine Bestellung kam noch dazu und eine hatte ich ja noch von vorhin zu packen. Was möchte hier das Programm? Nein, möchte man nicht. Und zwar Bestellübersicht. Das ist auch noch die letzte Bestellung von gestern, die noch zu packen ist. Die ist auch ein bisschen größer wieder, deswegen habe ich die vorhin vor dem Einkaufen nicht mehr geschafft. Die ist von gestern 12.34 Uhr, 350 Items, 49 Lots. Und er hat eine Nachricht geschrieben, hey, schau immer gerne deine Videos. Kannst mich auch gerne in deinem, einem davon erwähnen, habe ich hiermit gemacht. Würde mich freuen, wenn du die Bestellung in Druckschlussbeuteln verpackst. Viele Grüße, mach weiter so, Henning. Ist natürlich gar kein Problem. Moin, falsche Schublade, Beutel, mehr als genug da. Und habe auch noch im Keller Reserven. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal über Blapi in, ich will jetzt natürlich nicht seine Daten zeigen, so. In die Pickliste. So, es sind seine Daten weg. Wie gesagt, es sind 350 Items, 49 Lots in 37 Schubladen. So wenig Schubladen, das liegt daran, dass er, das habe ich schon mal ein bisschen Sneakpeak gemacht, er hat Videoteils bestellt, die in letzter Zeit sich bei mir tatsächlich ziemlich gut verkaufen. Und die habe ich ja, kann ich ja schon einmal spoilern, immer mehrere Teils, ich habe ja für jedes Teil einfach gemacht, sondern immer so eine überschaubare Menge an verschiedenen Teilen. Jetzt sind wir unten in dem Magazin, immer von einer Farbe zwei oder drei Stück, dass ich nicht schnell finde. Und da hat er dann welche rausgenommen gleich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und da würde ich sagen, pack ich mal seine Bestellung und dann gucken wir uns das gleich nochmal an, da du die Videos da siehst. Und das hier wahrscheinlich dir auch ansehen wirst, hoffe ich zumindest sehr. Ja, auch nochmal hier auf diesem Wege. Vielen Dank für deine Bestellung. Und das ist jetzt auch noch was, hier steht jetzt A0618 und Balk02. Es sind 34 Stück hat er gekauft, 1900 bleiben übrig. Und wenn er jetzt nur zwei oder drei bestellt hätte, bin ich jetzt hier in die Schublade, da er aber 34 bestellt hat, wechsle ich rüber. Und das hier ist dann quasi, ich habe es jetzt Balk genannt, man hätte es auch Overflow oder Überschuss nennen können, weil, Moment, wo sind sie da? Ich habe natürlich keine Schubladen vernünftig in dieser Größe von diesen Jumperplates in schwarz. Und deswegen habe ich dann von den meisten Teilen in diesen Kisten hier unten eine geringe Menge in normalen Schubladen. Und wenn dann jemand eine größere Menge bestellt, wie er jetzt 34, dann, dass ich nicht so oft an die Kisten muss, dann gehe ich aber hier ran. So, jetzt packe ich aber eben die Bestellung. Zwei Minuten 50 Sekunden, schon wieder gequatscht. So was zieht natürlich mein Lot-Count-Timer am Ende beim Packen natürlich nach unten immer diese Videos. Das habe ich ja jetzt schon öfter erwähnt. Jawohl, die Bestellung ist gepackt. Gebraucht habe ich 18 Minuten, das sind 22 Sekunden pro Lot. Ein bisschen länger gedauert. Ich habe erst die Video-Teils so versucht rauszufischen, später habe ich sie dann umgefüllt. Wir sind unter 208.000 Items gefallen, aber das ist nicht schlimm. Wir haben noch ein paar große Part als vor Augen. Wir warten auf Erd auf jeden Fall bestellt. Ein paar 2x4 Bricks, ein paar gebrauchte 2x2 Bricks. Davon fehlte mir einer, aber da habe ich natürlich noch vorsortiert den Keller. Die waren leicht zu finden, der eine, der fehlte. Also Inventarfehler schleichen sich auch bei mir immer mal wieder rein. Meistens kann ich sie geheben. Ich schaffe es leider nicht immer, was mich dann ein bisschen ärgert. Aber einen 2x4 Stein in Schwarz gebraucht habe ich noch gefunden. Er hat übrigens sich gewünscht, dass alles in Druckverschlussbeutel kommt. Hatte ich ja, glaube ich, gezeigt. Ein paar Dark-Tan-Wetches, verschiedene Größen und Formen habe ich auch in so einem Beutelchen gepackt. Dann hier noch ein paar Tiles, die Dark-Tan-Tiles. Die Corner-Tiles sind relativ teuer, finde ich. Da war ich selber überrascht von, als ich den Preis gesehen habe. Oswald hat ja jetzt in das Tool eingebaut. Sieht man da unten noch, da steht hier 22 Cent das Stück. Das sind sogar noch diese Corner-Tiles. Finde ich ziemlich teuer. Aber gut, das ist so der einzige Preis, den ich so im Kopf behalten habe. Dann von den Green-Tiles haben wir welche. Hier sind halt die ganzen Video-Tiles, die er bei mir bestellt hat. Die verkaufen in letzter Zeit wirklich oft. Noch ein paar Plates und Pflanzenteile. Bei den Pflanzenteilen in Leim und bei den Jumpern in Leim. Zum Beispiel, es sollten nur zwei Jumper übrig sein. Da muss ich gleich mal gucken, ob die in der letzten offenen Bestellung sind. Oder ob ich bei den beiden Inventarfehler habe. Weil das hier sind mehr als zwei und das hier sind definitiv mehr als sieben. Wenn nicht, kann ich noch ein bisschen nachfüllen. Dann hat er die am Anfang gezeigten Jumper noch bestellt. In schwarz und noch ein paar bunte Jumper, die ich dann zusammengepasst habe. Und ja, vielen Dank für deine Bestellung. Schön, dass du die Videos schaust. Und ich gucke gleich mal, ob die in der nächsten Bestellung sind. Beziehungsweise kann ich ja jetzt mal machen. Und wenn nicht, kann ich die ja nochmal ein bisschen nachfüllen. Die sind tatsächlich nicht in der nächsten Bestellung. Aber mal wieder eine Video-Figur. Also dieses Video-Thema zieht sich im Moment durch viele Bestellungen bei mir. Finde ich ziemlich cool. Die Bestellung packt man ja gleich noch zusammen. Und dann ist es auch erstmal die letzte. Dann habe ich keine mehr und kann vielleicht endlich wieder was uploaden. Das ist ja schon wieder, ja nicht ein paar Tage her, wäre übertrieben. Aber natürlich klar, wenn man jetzt in jeder freien Minute, ich habe ja noch einen Job und einen Pflegedienst den ich leiten muss, wenn man dann in jeder freien Minute irgendwie zwischen den Diensten und Büroarbeiten und Einkaufen und Friseurtermin heute die Bestellungen packt, das ist natürlich schön. Aber ich sage immer, Bestellungen packen sind nötig und das mache ich und das mache ich auch gerne. Aber noch viel besser als Bestellungen packen ist, Bestellungen gepackt zu haben und weiter abzuladen. Weil Uploaden ist das, was mir die größte Freude bereitet. Aber ohne Bestellungen könnte ich nichts uploaden. Also ist das eigentlich ein Win-Win. Und die letzte Bestellung vorerst 16 Artikel, 9 Lots. Das sollten wir wohl relativ zügig schaffen. Das sind zügig, eine Minute, 48 Sekunden, 12 Sekunden pro Lott. Wir haben einmal den eben angekündigten Video, Drummer Wolf, finde ich ziemlich cool. BD-8 von Star Wars und dann ein paar Teile, einzelne, ein paar Schrauben, Schlüssel, ein Technik-Element. Also in einer kleinen Menge packe ich alles in einen Sippbeutel noch, dann hat sie drei Sippbeutel oder zwei der BD-8 eingeschweißt. Oder er, sie, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Bestellung und viel Spaß damit. Das ist übrigens Grund, ich hatte letztens ja eine Bestellung und das meine ich jetzt nicht böse oder abwertend. Das hatte ich auch nicht nur einmal in der Vergangenheit, sondern öfter. Aber dann hatte ich ja eine 1.900, 2.000 Teilebestellung so unter dem Dreh in einer Stunde, 22 Minuten. Und dann hat einer geschrieben oder haben in der Vergangenheit viele geschrieben. Ja, aber wenn du jetzt ja den Zeit nimmst, dann hast du ja deinen Stundenlohn. Aber es ist ja auch total absurd. Ich habe jetzt hier unter zwei Minuten für einen knappen Zehner. Da kann ich ja auch nicht sagen, okay, wenn ich das noch mal 30 nehme, dann habe ich 300 Euro die Stunde, wenn ich nur solche Bestellungen packe. Ihr wisst, wie ich das meine. Also den Stundenlohn hier wirklich auszurechnen wäre wirklich nur möglich, wenn ich, sage ich mal, über mehrere Wochen oder Monate fest meine Arbeitszeit dokumentiere, gucke, welche Einnahmen und Ausgaben ich habe und dann den Gewinn durch die Zeit rechnen. Auch das ist absurd. Nicht bei einem Hobby wie bei mir. Es gibt sicherlich Leute, für die das interessanter ist. Aber bei mir als Hobbyverkäufer und gerade die Zeit, die ich immer mit den Clips hier verschwende, da rechnen wir keinen Stundenlohn aus. Das ist unmöglich. Das geht nicht. Egal, wie sehr ich darüber nachdenke. Ich komme auf keine Formel oder auf keine Art der Berechnung, die mir sagt, wir können den Stundenlohn ausrechnen. Das funktioniert einfach nicht und ist auch nicht schlimm. Ich will es auch eigentlich gar nicht so genau wissen. So, das Bestellchaos beruhigt sich ein bisschen. Wir haben Samstag 15.33 Uhr. Ich war heute schon fleißig, allerdings nicht hier im Store, sondern ich habe Frühdienst gefahren. Ich habe den Gartenteil sauber gemacht. Ich habe den Rasen gemäht und habe da noch so ein bisschen mit den Jungs gespielt. Ich habe jetzt eine Brickall-Bestellung, 127 Lots und 26 Items. Und vorhin habe ich die Brickstore-Dateien von BrickSync geschnappt, um meine Datei weiterzumachen für die gebrauchten Teile. Das ist ja das Minimum, was ich jeden Monat oder jetzt dauerhaft zurücklege, der Dateiwert fürs Legoland. Das heißt aber nicht, dass ich im Legoland nur dieses Geld von den Gebrauchten ausgeben werde, sondern sobald es feststeht, werde ich natürlich noch mehr Geld zurücklegen als das. Das ist ja ganz logisch. Wir haben jetzt 127 Items, 26 Lots über Brickall zu packen. Und ja, legen wir einfach mal los und gucken, dass wir die fertig kriegen. Das ist doch mal eine lebensfrohe Bestellung. Alle von den großen Wedges, die ich habe, ein paar große schwarze Plates, schwarze Bricks, schwarze Tisches, Hinch Bricks, Plates, Wedges, schwarze Stühle, schwarze Brackets, noch mehr schwarze Brackets, schwarze Shooter. Und jetzt, Überraschung, Dark Bluish Grey von den acht Stück und von den flachen, aber auch nochmal zwei Stück. Und natürlich, damit es nicht langweilig wird, auch alle Sachen gebraucht, schwarze Zwei Turntables, noch eine Wedge, diese alten, bedruckten Slopes. Und jetzt, Achtung, eine babyblaue Milchflasche. Wahnsinn. Und für die Farbe Trans-Orange, die Wedge. Ja, sehr schöne Bestellung bei Brickall. Vielen Dank, viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. So, die Sabine von Sandbricks hatte mir ja 30 von diesen Offizieren hier, Sysfleet Officers, verkauft. Und davon habe ich jetzt 10 Stück, kommen auf Bricklink. 10 habe ich ausgepartet. Dementsprechend haben wir auch 20 von den Shootern und 20 von den Stuts. Und die anderen 10 werden aufgehoben. Da oben kommt dann noch eine E-Bail-Kiste dazu für gebrauchte Figuren. Wenn ich mal welche wirklich in so einer Menge kriege, wie hier. Da habe ich natürlich auch immer Interesse daran. Und ja, die sortiere ich jetzt eben einige Sachen. Dann werden die hochgeladen und ich kann auch erstmal den Papierkarton hier da oben einfach hinstellen und dafür benutzen. So, da haben wir den Upload. 10 Kommandeure und dann 10 Mal ausgepartet plus die Shooter. 90 Items, 7 Lots, wofür 5 neue sind, 53 Euro. Das ist definitiv in Ordnung. Ich habe mild Versand, meine ich, 40 bezahlt. Ich bin mir nicht sicher. Und ich habe ja 10 Figuren übrig gehalten. Ist natürlich nicht das überragende Part-Out-Value. Aber hey, es sind Star Wars Figuren, die End of Life sind. Auch wenn sie aus dem günstigen Battle Pack sind. Was auch, glaube ich, nicht so beliebt war. Ich habe eh viel zu wenig Star Wars Figuren im Moment im Angebot. Aber immerhin, die 10 Stück sind jetzt mit dabei. Ja, jetzt haben wir Sonntag, 13.33 Uhr, frühdienst beendet. Und wir haben eine einzelne Figur nach Australien bestellt. Da habe ich mal geguckt, weil mich das so interessiert hatte, wer für eine Figur oder warum man für eine Figur die für seinen Kosten in Kauf nimmt. Aber dieser Lizard ist aus dem Marvel-Spiderman-Set tatsächlich so wenig auf Blickling in Angebot, dass wir unter Garantie, ich glaube, nur 24 Leute hatten den und dann mit die günstigsten einfach für ihn waren. Und dann ist das halt so. Ist schön. Man muss natürlich, wichtig ist, wenn ihr was ins Ausland versendet. Ich habe meinen Auslandsversand jetzt wieder angemacht, dass ihr hier bei der Warenpost International zum einen diese Zolltarifnummer angebt. Wir haben dieses CN22-Formular, das habe ich hier schon mal ausgefüllt mit dem Gewicht pro Einheit, Lego Minifigur. Ihr müsst euch die Zolltarifnummern gar nicht aussuchen. Es sollte aber die Beschreibung eindeutig sein, die Warenbeschreibung Lego Minifigur ist eindeutig. Also die Pflichtkennzeichen sind die, die mit Stern hier sind. Also selbst das Ursprungsland wäre egal. Man könnte es auch streiten, ist das Ursprungsland Deutschland, Dänemark oder das Herstellungsland. Aber ich habe jetzt Deutschland gemacht, weil es aus Deutschland hier verkauft wurde. Das ist aber nicht wichtig für die. Wichtig ist Gewicht, Warenwert und vor allem auch die Versandkosten. Ansonsten, wir sind unter 1000 Euro natürlich. Darüber verschicke ich auch nichts. Und da müssen wir halt noch die Sendungsart auswählen. Aber die ganzen anderen Sachen, Genehmigungsnummer, Bescheinigungsnummer, Kennnummer, das sind Angaben, die ihr machen könnt. Die sind optional. Pflichtkennzeichen sind alle die mit einem Sternchen. Irgendwo hier stand das auch mit dabei. Wo war denn das? Ist ja auch egal. Aber ja, das wird einem beim DHL sehr, sehr gut erklärt. Und ist jetzt tatsächlich gar nicht so wild, wie man vielleicht denkt. Vier Positionen sind Maximum. Wenn ihr mehrere Sachen verschickt, könnt ihr auch weitere Warepositionen hinzufügen. Das brauchen wir jetzt aber nicht, weil es wirklich nur die eine Figur war. Und die packe ich jetzt mal ein. Und weil man natürlich noch diese Zollhandelsrechnung außen dran kleben muss, kann ich den natürlich jetzt nicht in so einem kleinen Karton versenden. Das heißt, ich brauche einen Karton, wo ich einen Briefumschlag dran machen kann. Aber auch das ist kein Problem. Sowohl Brick Owl als auch Brick Link machen das. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich Ausnahmsversand habe. Und zwar schicken die euch per PDF diese Brick Link Rechnung, die ihr außen in einem Briefumschlag an die Warenpost mit dran heften müsst für den Zoll. Ja, gut. Das einmal nur dazu, falls das wenig interessiert. Warum habe ich den Ausnahmsversand angemacht? Meine Umsätze sind so, dass ich es mir noch locker leisten kann. Und wie ich selbstständig drüber gehe, ist egal. Und ich habe gedacht, ich mache es einfach mal wieder. Ich finde es immer so spannend. Wir hatten uns mal vorgenommen, so eine Karte zu nehmen, dass wir jeden Ort aufschreiben, an dem wir schon mal gesendet haben. Und dieser Ort in Australien ist jetzt definitiv ein neuer, der dazukommt. Und das machen ja viele meiner Kollegen auch ins Ausland versenden. Natürlich nur in Länder. Also die ganzen fragwürdigen EU-Länder mit Verpackungslizenzen habe ich natürlich weiterhin draus gelassen, wie beispielsweise Frankreich. So sieht das dann aus. Wie gesagt, man braucht dann einen etwas größeren Karton, dass man hinten diese Rechnung mit dran hat. Ich versende nur Premium und man muss halt dieses CN22-Formular draufheben. Also muss man dann für eine kleine Minifigur so einen großen Karton nehmen. Aber es ist dann halt so. Und ja, das gehört nun mal dazu, dass man so ein paar Dinge ausführen muss, wenn man international versendet. Das ist aber alles nicht schlimm. Das Blapi-Tool kann natürlich diese Rechnung nicht automatisch stellen, ach, Rechnung, Versand scheinen. Was aber gar kein Problem ist. Das Tool ist wahnsinnig gut. Und mein Ausgabenbeleg etc. kriege ich natürlich trotzdem noch ohne Probleme hin. Und ich bin wirklich mit dem Blapi-Tool unglaublich zufrieden. Da kann ich überhaupt nicht drüber meckern. Muss ich natürlich hier wieder gucken. Und das ist ja jetzt diese Einnahme für mich, für LexOffice. Er stellt mir das System ja trotzdem ohne Probleme innerhalb weniger Sekunden. Und da wollte ich jetzt nur einmal gucken, ob er das hinkriegt. Wir schauen mal in Ruhe. Kriegt er bestimmt hin. Lädt jetzt gerade ein bisschen. Das liegt aber an meinem Internet und ich habe ein Programm. So, genau. Wie ihr seht, war ich beim Friseur. Ich werde jetzt den Blog auch beenden. Ich möchte sie jetzt nicht jedes Mal eine Stunde ausreizen. Ich habe jetzt wieder viel erzählt. Also was es neu gab, war internationaler Versand ist offen. Ich hatte meinen Strategiewechsel. Ich habe es die letzten zwei Tage. Ihr seht, dass hier schon, wenn das Rollo runter ist, es ist herrlichstes Wetter draußen. Plus heute ist Muttertag. Dann gehen wir noch ins Restaurant. Und ich war arbeiten. Also da habe ich jetzt nicht so viel getan, wie ich vorhatte. Ich werde aber weiterhin die Sachen so weitermachen, die ich möchte. Was ich zum Abschluss noch einmal machen wollte ist, ich hatte das ja gestern einmal gesagt, ich wollte euch das nur einmal zeigen, wie ich das hier genau mache mit diesem Budget, das ich für meine gebrauchten Sachen mache. Und zwar habe ich hier eine Datei im Brickstore. Die heißt Legoland Minimumbudget. Und da habe ich dann alle Teile drin, die ich gebraucht verkauft habe. Das sind bisher 905 Parts für 89 Euro wert. Und das ist das Minimum, das Minimale, was ich auf meinem Firmenkonto drauflasse dann fürs Legoland Budget. Das heißt aber nicht, dass ich nur dieses Geld ausgebe oder dass ihr es gebrauchtes kaufen müsst und dann fahre ich schneller ins Legoland oder sonst was. Sondern das ist das Minimale. Und vielleicht fahre ich dieses Jahr noch einmal ins Legoland. Das ist okay. Aber selbst wenn es erst nächstes Jahr ins Legoland ist und bis dahin haben wir dann in 12 Monaten, weiß ich nicht, für 1800 Euro gebrauchtes Lego verkauft, diese 1800 Euro sind mein neuer Nullpunkt auf dem Konto. Das ist das Einzige. Natürlich werde ich, wenn ich ins Legoland gehe, sobald der Termin steht, das werde ich wahrscheinlich drei, vier Wochen im Vorfeld planen, werde ich auch alles andere an Einnahmen nehmen, ob es jetzt die YouTube-Einnahmen sind oder ob es neue Steine, Sets, gebrauchte Steine, wie auch immer, was auch immer ich dann zu dem Zeitpunkt verkaufe, dann wird natürlich alles genommen. Aber in der Datei sind auch Brick-Owl-Sachen drin. Die Brick-Owl, also wir können ja im Brick-Store die Brick-Link-Bestellungen importieren. Dadurch, dass ich hier dieses Tool, dieses Brick-Sync benutze, da sehe ich das hier über eine Bestellung des Chips. Und jedes Mal, wenn in dem Tool eine Brick-Owl-Bestellung kommt, dann speichert der da eine BSX-Datei als Backup von. Das heißt, ich kann einfach, wie zum Beispiel hier, haben wir die Brick-Owl-Bestellung, kann ich dann über diese BSE-Backup-Datei packen und dann sortiere ich einfach nach Zustand, dass die gebrauchten Teile oben sind. Die kann ich dann kopieren und einfach in meine Legoland-Budget-Datei reinpacken und reinfügen. Weil mich auch ein, zwei Leute gefragt haben, wie können sie denn Brick-Owl-Bestellungen in Brick-Store importieren? Und das geht über das Tool-Brick-Sync, ganz einfach über diese Backup-Datei. Das nächste, was hier mit dem Strategie-Wechsel läuft, neben mehr Gebrauchten, was auch definitiv so weitergehen soll, war ja meine Idee, dass ich Sets öfter ausparte. Ihr seht ja hier schon, haben wir fünfmal das LEGO Star Wars Set, das Entering Attentive. Davon werden noch drei am Montag oder am Dienstag geliefert. Wir haben zum Beispiel 13 Mal dieses Set hier und auch das Ahsoka Battle Pack haben wir jetzt einige Male ausgepartet. Was man ja schon daran sieht, wie viele Ahsoka Trooper hier sind. Dann sind hier noch Ahsoka Trooper gelennen und da oben habe ich ja auch noch einiges an Ahsoka Trooper zurückgelegt. Ich glaube, das hat man auch elf, zwölf Mal. Also ich werde öfter Set zweistellig ausbehalten. Das Problem, in Anführungsstrichen, ist nur, dass ich glaube, dass mich diese Strategie auf Dauer stören wird, wegen diesen Schubladen, die hier offen sind. Ich lasse ja immer, wenn ich ein Lot frei habe, die Schubladen offen stehen. Und jetzt kamen sehr viele Bestellungen in den letzten Tagen, was sehr geil ist, sehr schön ist. Das freut mich tierisch. Aber wenn ich jetzt natürlich 1, 2, 3, 13 Mal auspaarte, dann funktioniert das natürlich nicht, dass ich die Schubladen wieder schließe. Ich meine, guckt euch mal hier dieses Magazin an. Da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Schubladen offen. Nur in dem Kasten SD10. Und der war randvoll, was die Platz angeht. Und da habe ich mir dann jetzt überlegt, okay, ich kann ja so ein Zwischending machen. Das heißt, ich werde die Sets, die gute Minifiguren haben, werde ich auf Masse ausparten. Das heißt, da werde ich dann 8, 10, 12, 13 ausparten. Und dann werde ich so Filler-Sets nehmen. Ich meine, der hier wird jetzt nicht ausgepartet, aber als Beispiel, ich gucke dann, okay, ein Set zwischen 20 und 50 Euro. Und dann gucke ich im Brick-Store, äh, im Brick-Link selber, weniger nach dem Part-Out-Value, nach der, sondern eher nach dem Lot-Count. Das heißt, ich möchte Sets kaufen, die mir viele Lots bringen. Wir machen das jetzt einfach mal an dem Beispiel. Und um auf die Schnelle, auch jederzeit von unterwegs zu gucken, wie viele Lots ein neues, oder ein Set uns neu bringen würde, das ist ganz easy. Und zwar können wir hier bei Brick-Link einfach auf Market gehen. Da ist der Price-Guide. Und dann gebe ich einfach die Set-Nummer ein. 60287 wäre dieser Traktor, den ich ja nicht ausparten möchte. Das ist ein neues Set. Dann gehe ich auf Get-Value. Und dann sagt er mir schon, alles klar, ähm, wir haben 7, also von den insgesamt, äh, 75 Lots, haben wir 27 Lots, die neu sind. Das heißt, das ist nicht mal die Hälfte. Das heißt, das wäre jetzt so ein Set, was ich dann, ja, nur für Leicht nehmen würde. Natürlich, klar, wenn ich das für einen 10er kriege, sind 27 Lots gut. Aber ich denke, ihr wisst, wie ich das meine. Das heißt, ich möchte das so ein bisschen kombinieren und wirklich die Sets mit guten und starken Figuren öfter kaufen. Aber immer wieder solche Lot-Filler-Sets zu kaufen, die nach Möglichkeit viele neue Lots für mich haben, um halt diese Mischung jetzt da hinzukriegen. Ich glaube, ähm, dass nur eins von beiden nicht der richtige Weg ist, sondern wir das mischen sollten. So, jetzt aber am Sonntag, mein Wort zum Sonntag. Und dank diesem 5-Minuten-Clip ist der Vlog jetzt wahrscheinlich auch wieder ewig lang. Und, äh, ja, wir schauen, wie sich das entwickelt mit dem internationalen Versand. Wenn ich mich wieder nicht gut damit fühle, dann nehme ich ihn wieder raus. Ähm, das heißt nicht gut damit fühlen. Ich mag das einfach. Mir reicht es eigentlich in Deutschland, aber ich, ich mag diesen Trott nicht. Und jetzt habe ich, glaube ich, sieben oder acht Monate am Stück nur nach Deutschland versendet. Oder vielleicht sogar noch länger. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir das ausgemacht haben irgendwann letztes Jahr. Ich weiß nur, dass es da auch ziemlich sonnig war. Ähm, aber das ist ja die schöne Abwechslung. Und, äh, mir hat das jetzt Spaß gemacht, mal was nach Australien zu verschicken. Das ist mal wieder ein ganz anderes Gefühl. Und da werden auch nicht viele Bestellungen kommen, weil ich meine Versandkosten wirklich sehr hoch angelegt habe. Früher hatte ich auch ohne Sendungsverfolgung, also den Standard-Warenpost-Versand. Da geht die Sendungsverfolgung wirklich nur bis zur deutschen Grenze. Jetzt habe ich aber wirklich den Premium-Versand als einzige Versandmethode. Und das auch nur bis zum Warenwert von, ich glaube, 150 oder 200 Euro habe ich ausgewählt. Und alles, was darüber geht an den Warenwert, vielleicht waren es auch 100 Euro, müsste ich nochmal nachgucken, ähm, wird dann nur als Paket. Dann wird es dann schon sehr teuer. Aber wenn dann jemand, weiß ich nicht, wenn ich die so 10 Battle Packs ausparte und da möchte jemand 100 von den Clone-Troopern haben, da geht schon wieder die Bereitschaft, ich drehe durch, dann muss halt auch mehr bezahlen. Also bis zum nächsten Mal. Ich muss ans Telefon, die Arbeit ruft. Ciao, ciao.